Musik Ja hi, ich bin's wieder, Thomas von Tom2Tom Games und ihr seid mit dabei in unserer Sandmann-Folge, nein, unserer Sandmann-Reihe SimCity Classic Also sicherlich eher für den geneigten Freund dieser Reihe, denke ich Aber dazu hatte ich mich am Ende der letzten Folge ja schon mal geäußert Das ist inzwischen die fünfte Folge der Let's Play-Reihe zu diesem wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Klassiker Wir schreiben das ja 1959 in der bislang unbekannten Stadt Tom2Tom Die vor kurzem die 50.000 Einwohnergrenze überschritten hat Was natürlich ein großes Ereignis war Und vom Bürgermeister, also mir, dann auch entsprechend gefeiert wurde Ja, was soll ich sagen, ne? Das ist tatsächlich so, dass die Städte dann hier sozusagen in so, ja, so nach ihrer Größe benannt werden Ich hatte beim letzten Mal ja noch mal gesagt, also Capital ist das jetzt hier bei 50.000 Einwohnern Und war mir dann mal wieder so ein bisschen unsicher Aber Hauptstadt ist schon die richtige Übersetzung, ne? Klar Ja, ja, ähm Wie soll es weitergehen, ist die Frage, ne? Ähm, wir müssen Irgendwie die Kosten senken Das, äh, da weiß ich nicht wie Äh, was ich machen wollte, war auf jeden Fall direkt mal die Steuern senken Denn es hatte sich ja eigentlich gezeigt An diesem wunderschönen Graphen Hier, nein, das war ja der, wo ich gerade schon war Der, ähm, äh, der Bildschirm hier, ähm, Graphs Hatte sich ja gezeigt in der Statistik Zack Ähm, ich hatte die Steuern gesenkt Das hatte was gebracht, nämlich, dass ich weniger Steuern hatte Steuereinnahmen hatte Und dann hatte ich, ähm, direkt, also 1% gesenkt Das war nichts Und dann hatte ich 2% erhöht Also, sodass wir sozusagen im Vergleich zu vorher Jetzt eine Erhöhung um 1% hatten Und auch das hat eigentlich keinen großen Unterschied gemacht Außer, dass die Leute eben unzufriedener damit waren Und, ähm, aus diesem Grunde Habe ich, äh, ja schon am Ende der letzten Folge Angekündigt, dass ich einfach wieder auf das Normale Maß, sozusagen auf die 7% Steuer runtergehe Ähm, ich weiß auch nicht, äh, ich kann ja jetzt Äh, äh, ich hatte am Ende ja zum Beispiel noch eine Feuerwache gebaut Hier Und, ähm, hier im Norden müsste eigentlich auch noch eine Feuerwache hin Ich bin mir auch nicht sicher, wie ich das alles finanzieren Die baue ich auch jetzt direkt, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das finanzieren soll Äh, ohne diese Steuereinnahmen zu haben Äh, da können die Bürger natürlich meckern, wie sie wollen Ähm, und da muss ich ehrlich sagen Dann sollen sie sich eine andere Stadt suchen Ja, äh, dann habe ich halt eben eine kleinere Stadt Aber wenigstens, ähm, habe ich Mittel zur Verfügung Ähm, mit denen ich den Bürgern irgendwas bieten kann Irgendwas zur Verfügung stellen kann Wir haben ja jetzt auch hier schon wieder das Problem Am Ende der, äh, der Folge hatte ich die Feuerwehrstation gebaut Gerade nochmal eine Feuerwehrstation Und, ähm, dann hatte ich hier diese, äh, hatte ich noch ein bisschen Railway gebaut Also ein paar Gleise verlegt Und Gleise sind auch relativ teuer 20 Dollar kostet ein einziges Gleis Und, ähm, entsprechend habe ich natürlich jetzt meine selbst gesetzte 3000 Dollar, ähm, Stadtkassengrenze Natürlich mal wieder, äh, schwer unterschritten Ich gehe jetzt mal erstmal beim Speed wieder auf Average Wie wir es auch in der letzten Folge hatten Ja, und dann warten wir mal, dass, ähm, das Jahr 1960 kommt Äh, damit auch wieder ein bisschen Geld auf dem Konto ist Wobei im Prinzip müssen wir jetzt zwei Jahre abwarten Denn, ähm, wir kommen jetzt sicherlich nur ganz knapp Wenn überhaupt über die 3000er Marke Ich vermute sogar nicht mal das Weil wir ja zusätzliche 200 Dollar, äh, Kosten, laufende Kosten haben Ja, da sieht man schon 200 Dollar laufende Kosten hier für die Feuerwehr jetzt Jetzt haben wir schon 400 Dollar Kosten pro Jahr 700 für die Polizei und dann für Transport Ah, ja, da sieht man, das ist noch ein Nachteil von Bahnen natürlich Von der Eisenbahn Äh, das kostet nämlich auch Geld Ähm, tja Eine Privatisierung ist hier halt noch nicht, äh, vorgesehen Also PPP ist hier nicht drin Ja, äh, Public-Private-Partnership Sondern das hier ist ein klassisches Spiel Da, äh, muss man die Kosten noch selbst tragen Ähm, gut, was soll man machen Ja, also Die, ähm, Bevölkerung fordert erstmal mehr Residential Zones Die kann ich aber nicht bauen Äh, frühestens nächstes Jahr Ja, denn ich möchte ja die 3000er-Grenze, wie gesagt, nicht so Zumindest nicht dauerhaft unterschreiten Ja, und so heißt es jetzt erstmal abwarten Interessant ist ja, ähm, ach, dass diese, diese Wohngebiete nicht nachgefragt werden, ne Wir sehen ja jetzt gerade auf dem Bildschirm schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Äh, ich sehe alleine 9 Residential Zones, die nicht vollbelegt sind Manche überhaupt nicht Ähm, ich sehe zwei Commercial Zones, wo nichts draufsteht Die also überhaupt nicht Da gibt's keine Teilbelegung Ähm, die ganzen Gewerbegebiete sind immer direkt Vollbebauung Ähm, ja Passt für mich einfach nicht zu diesen Grafen Deshalb hatte ich ja auch zu Beginn Der Reihe dann nochmal vorsichtshalber im Handbuch Nachgefragt, äh, nachgeguckt Aber hier oben ist ja auch nichts bebaut Ähm, ob das wirklich Ähm, bedeutet hier, dass so viel nachgefragt ist Und nicht, dass es vielleicht bedeutet, so viel haben wir zu viel Das hätte ja auch anders sein können Aber nein, das ist der Bedarfsgraf Und im Moment wird eben zum Beispiel Wenn Commercial Zones stark nachgefragt Und was sehen wir im Moment? Sehen wir einen Rückgang hier Wir haben jetzt schon nur noch 252 Dollar Cashflow Ich denke, ich muss doch auf die 8% mal hoch Das, ähm, wird den Leuten wehtun Das kann ich auch verstehen Ich möchte, ja, und das ist ein ganz großes Problem Jetzt, äh, kippt die Stimmung hier auch in der Stadt wieder Im letzten Jahr haben wir 1400 Einwohner verloren Die haben halt das gemacht, was ich gesagt habe Nämlich einfach gehen, wenn es ihnen nicht gefällt Naja, gut Dann tun sie das halt eben Kann ich nichts dran ändern Ich hoffe eigentlich, dass wir im Jahr 61 Jetzt nochmal ein bisschen handlungsfähig werden Ähm, damit ich nochmal ein bisschen was einrichten kann Aber ich weiß auch gar nicht so richtig Ähm, wo könnte ich denn gut weiterbauen? Ähm, ja, vielleicht mache ich hier mal Ähm, hier mal ein paar Commercial Zones Und, ähm, lasse das jetzt hier so auslaufen nach unten Dann kann ich auf der gesamten, ähm Auf der ganzen Ostseite des Flusses Könnte ich dann hinterher Wohngebiete machen Und hätte hier die Möglichkeit Commercial Zones zu machen Allerdings, das Verkehrsproblem werde ich damit nicht in den Griff kriegen Stattdessen werde ich ja dann umso mehr Pendler haben Das ist immer so ein So eine Art Trade-off, ne? Den man da hinterher eingeht Mal sehen, wie sich das so So gibt Also, ähm August haben wir erst Ah, ja, ich, 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 ja So viel zu all den Dingen, die ich mir vornehme Bloß nichts tun, um Geld auszugeben So Jetzt haben wir noch Strom Kriegen wir mal von der Feuerwehr Die kennt sich aus mit Strom 2.777 272 Dollar Hatten wir beim letzten Mal an Steuern Äh, also an einem Steuerüberschuss Sag ich jetzt mal In der Stadtkasse Jetzt hoffe ich, dass wir mit den 8% Steuern doch wieder Ach, zumindest auf 500 Ja, 574 kommen Das ist doch gut Ja, okay Ja, dass die Bürger das nicht gut finden Das ist eine andere Sache Und wahrscheinlich Na, aber wir haben jetzt wieder eine Zunahme Traffic ist jetzt eher das Problem Da sieht man also Das ist wie im echten Leben Also, ähm Es gibt halt immer mal wieder andere Probleme Die, äh, die Menschen irgendwie Fesseln sozusagen Und, ähm Ja, jetzt haben wir offensichtlich Das Problem der Steuern so ein bisschen In den Hintergrund Ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt Weil es einfach andere Probleme gab Das ist natürlich, ähm Für mich als Bürgermeister jetzt positiv Denn ich stand mit meiner Steuerpolitik Gerade nicht so gut da Aber, ähm, naja Gut So, jetzt bauen wir hier noch ein bisschen Straße Sind wir ganz knapp unter den 3000 mal wieder Ähm Aber da wird auch wenigstens mal endlich gebaut Sehr schön Ja, immer noch ist die Die Nachfrage nach Commercial Zones recht hoch Jetzt gerade ist der Balken ein bisschen gesunken Gerade in dem Moment, wo ich davon sprach Ähm Industrial Zone ist ja fast gar nichts Man kann es sowieso schlecht erkennen Gelb auf Weiß Ich glaube, der Balken steigt jetzt gerade So ganz leicht an Ja, sieht man Und der Commercial Balken sinkt Vielleicht ist es auch gar nicht nach den Zonen Sondern danach, dass sich überhaupt was ansiedelt, ne Ich meine, klar In den meisten Fällen ist das sozusagen das Gleiche Aber wir haben ja jetzt gerade sehr viele freie Residential Zones Also wahrscheinlich Selbst wenn der Balken hoch wäre Ähm Würde es vielleicht gar nichts ändern Ich finde es interessant, dass hier so ein Mega-Verkehr ist Aber keiner da wohnt Also leer, 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 leer Alles leer Alles steht leer hier in der Stadt Ähm Häuser Alle nicht mehr da Aber die Straßen sind voll Eher eine Rennstrecke hier oder so Ich weiß nicht, wie man das Wie soll ich das erklären? Das ist für mich nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt Ach, Mann Oh, jetzt Wir haben die 20% geknackt Aber interessant ist ja Obwohl wir jetzt zwei so ganz, ähm Ja, vehement genannte Probleme haben Mit Steuern und Verkehr Sind aber im Moment 61% der Bürger der Meinung, dass ich einen guten Job mache Obwohl wir Ja, wahrscheinlich Die anderen Die anderen sind gegangen Die 2140 sind im letzten Jahr gegangen Gut Ja, ich weiß nicht, wie ich dem Verkehr hier so Herr werden soll Äh, wenn jemand da sich besser mit auskennt, kann er sich gerne melden Ein Problem, was ich glaube ich immer schon hatte Mit dem Verkehr hier im, in SimCity So lustig, hier auf der, auf der Brücke hört der Verkehr auf Ich meine, da geht es ja auch noch nirgendwo Also eine Brücke nach nirgendwo Über sieben Brücken musst du gehen Ne, aber in diesem Fall dann nicht mal, gehen sie nicht mal über eine Hier auch Alle Residential Zones stehen irgendwie leer Das ist ja eine Katastrophe Die Nachfrage nach Commercial Zones Ganz gering nur noch Also ins Minus schon geübt Also, ähm, vielleicht Vielleicht versuche ich es nochmal mit ein bisschen Industrie Schauen wir mal, ob das vielleicht was bringt Wenn es einfach nochmal ein paar neue Arbeitsplätze gibt Mit ein bisschen Äh, mit ein bisschen Glück Boah, das ist ein teurer Spaß gewesen Sich da um eine Reihe zu verklicken 100 Dollar ausgegeben für die Einrichtung der Zone Dann nochmal Geld ausgegeben zum, ähm, zum Bulldozern Und dann wieder eine neue Zone eingerichtet An der richtigen Stelle Ganz schön, äh, das ist schon ganz schön blöd Da muss man vorsichtig sein Das wirft einen ordentlich zurück, ja Jetzt sind wir wieder bei 2600 Wir sind aber auch im Dezember Also gleich haben wir wieder 500 Dollar, denke ich, nehmen wir trotzdem ein Oh, nein Also jetzt laufen mir wirklich die Leute weg Wahrscheinlich bin ich jetzt gleich Jetzt bin ich wahrscheinlich schon unter 50.000 Einwohner, ne? Ja, 48.000 Wieder 2000 abgehauen Jetzt ist Arbeitslosigkeit ein Problem Also Ja, jetzt geht es hier gerade bergab in meiner Stadt Das habe ich vielleicht auf die leichte Schulter genommen So So, habe ich es nicht mal mehr geschafft Die 3000 Dollar zu knacken überhaupt Aber gut, ähm, ich habe nochmal Industriegebiete, äh, hier ausgewiesen So, dass nochmal neue Firmen und damit neue Arbeitsplätze kommen können Auch hier das neue Gebiet Da standen ja schon ein paar, ähm, Gewerbe, ähm, Betriebe Die sind alle wieder abgehauen Und hier ist ja sowieso überhaupt nichts los Ja, jetzt ist natürlich die gute Frage Äh, wie kriege ich die Leute wieder hier hin? Ähm, ja, gut Wenn ich die Steuern jetzt wieder senke, ist natürlich die Frage Das kann schon sein, dass es dann auch wieder, ähm Ich senke mal die Steuern nochmal Dann habe ich natürlich wieder keine Einnahmen Äh, aber ich kann auch mal ein bisschen beschleunigen Und dann sehen wir mal, ob, äh, 7% Steuern vielleicht so ist Dass die Leute, äh, wieder lieber in unsere Stadt kommen Ähm, ich glaube tatsächlich, das größte Problem hier ist der Verkehr Und ich weiß nicht, wie ich den loswerden soll Das ist hier oben, da ist ja dauerhaft Stau Im Prinzip alles zu mit Stau Stau, 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 Stau Spam, 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 Spam 4 Dollar, 4 Dollar Überschuss Immerhin Überschuss In diesem Sinne werden wir auch, ja, das wird ja schön Die nächsten, äh, die nächsten 25 Jahre warten wir darauf Die 3000 Dollar wieder zu knacken Hoffentlich haben wir keine Inflation Okay jetzt, aber trotzdem Wir müssen uns im Prinzip jetzt abwarten Geht nicht anders Also, ähm, immer noch 1800 Leute verloren Wo gehen die alle hin Was, äh, was, was können wir machen Ähm, um die, um die hier bei der Stange zu halten Die Probleme, äh, Traffic und Steuern Steuern habe ich gesenkt Da sind wir nur noch bei 11% Traffic ist doch eigentlich auch okay Kann ich eben nicht viel daran ändern Was soll ich tun? Eisenbahnen kann ich natürlich bauen Aber das kostet mich natürlich auch wieder Geld Und das kriege ich ja im Moment nicht Wenig Geld auf dem Konto Stadtkasse leer Jetzt gleich wahrscheinlich bei meinem Glück Noch ein Unglück Vielleicht ein Tornado Oder ein Godzilla oder so Mal sehen Ach, wenn ich schon diese Staus hier sehe Überall in der ganzen Stadt Auch hier, obwohl da die Bahnlinie Hier nicht, hier ist es entspannt Da bei der Kirche Oh, in einem Klingelbeutel geklaut wird Da nicht Können wir auch mal Auch davon können wir uns natürlich das angucken Jetzt haben wir, sehen wir erstmal die Abdeckung mit den Feuerwachen Die ist jetzt in Ordnung Die Abdeckung mit den Polizeiwachen Ist tiptop Aha, ja, okay Wir haben immer ein 40 Dollar Cashflow Ist halt ein bisschen zugelegt Alles wieder Die Verschmutzung Vor allem Luftverschmutzung Ich finde, die ist eigentlich ganz entspannt Wenn man sich das hier ansieht Das ist schon sehr stark begrenzt Auf den Bereich, in dem ich nur Industrie habe Und das war ja mein, äh, mein Ziel Man sieht jetzt so ein bisschen, wen das hier so hin und her zieht Aber es ist ja eigentlich eine recht niedrige Stufe in den Wohngebieten Dann der Verkehr Das ist ein ganz anderes Problem Und da sieht man gerade in den Wohngebieten ganz große Probleme Hier ganz hohe Belastung Jetzt hier oben mal ein bisschen weniger Aber hier unten dauerhaft hohe Belastung Über den Verkehr Und, ja, ich habe keine andere Möglichkeit hier Ich kann nichts Besonderes nochmal Nochmal bauen Hier sieht man jetzt die Eisenbahn und Straßen Das Eisenbahn- und Straßennetz Und hier ist nochmal Power Okay, ja, gut Jetzt haben wir es geschafft Doch schon wieder auf 130 Dollar zu kommen Offensichtlich nimmt die Bevölkerung also langsam zu 130 Dollar bringt uns aber jetzt auch noch nicht so richtig weiter Das muss man da auch mal ganz ehrlich bei sagen Ich hoffe, dass sich das jetzt so ein bisschen fängt Man sieht, wir müssen jetzt gerade einfach abwarten Die wollen immer noch ihren blöden Hafen Den könnte ich mir sowieso nicht leisten Das müssen wir auch mal sagen Ich habe nicht mal eine Ahnung, was ein Hafen kostet Aber bald haben wir wahrscheinlich wieder die 50.000 geknackt Im Moment seht ihr unter 50.000 Da sind wir eine City, also eine normale Stadt Ja, da sind wir jetzt hier im Bereich Erdkunde Ja, mit den Unter-, Mittel- und Oberzentren Großstädte, Stadt Kleinstadt, Mittelstadt, Großstadt und ähnlichen Dingen Könnt ihr euch mal durchlesen Das ist auch ganz interessant So ähnlich ist das hier jetzt in der Benennung auch Gut, jetzt sind wir hier im Oktober Der Verkehr ist wirklich Ich kann mir gut vorstellen, dass hier jetzt einfach Verkehr Traffic, ja, ist das Höchste Und ich kann das gut verstehen In so einer Stadt würde ich auch nicht wohnen wollen Aber wie gesagt, ich stehe als Bürgermeister da Und bin ratlos Jetzt sind wir auch wieder auf 61 Dollar runter Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich in diesem Jahr Tatsächlich wieder Bevölkerung verloren haben Ne, ganz leicht gewonnen Wir sind wieder über die 50.000 drüber Trotzdem interessanterweise ein Rückgang Ähm, vielleicht auch die Traffic Traffic verändert sich ständig Also die Ausgaben dafür Ähm, nee, da muss ich auf Budget gehen Entschuldigung Ja, 671 Ja, ja, also ist interessanterweise Wechselt das Also vermutlich, wie stark das nachgefragt wird Oder so, ich weiß es nicht Ist vielleicht so ein, ähm Ist vielleicht so ein Geschäft, wo man sozusagen Geld, das man bezuschusst Von der Stadt Und wenn es viel genutzt wird Ähm, die Verkehrswege Dann zahlt man da halt eben mehr Geld Das kann natürlich sein Ja, wie machen wir das hier Da können wir natürlich hier die Parks wegmachen Und da auch noch ein bisschen Eisenbahn hinbauen Aber hier Ich hab ja hier Ich mein, hier ist ja auch wirklich wenig Verkehr dann Auch das finde ich interessant Ich hab halt so wenig Geld Ähm, zu wenig Geld, ehrlich gesagt Um das mal eben auszuprobieren Ja, sonst könnte ich ja auch einfach hier mal Dieses ganze Wohngebiet einreißen Und dann würde ich es mit einer Reihe weniger aufbauen Und hätte dann die Möglichkeit, mittendurch, ähm Die Eisenbahnlinie zu bauen Aber das ist ja eine Möglichkeit Die, äh, ich aufgrund der finanziellen Situation nicht hab Und jetzt sieht man Das ist doch interessant Taxes, Crime, Pollution, Housing Cost Jetzt ist Verkehr komplett verschwunden Im letzten Jahr hab ich 4400 neue Bürger dazu gewonnen Also das ist doch nicht zu erklären Aber der Stau war die ganze Zeit gleich Die ganze Zeit war der Verkehr so Ich glaube ja Hier ist das Evaluation-Ding Da ist ja Ist wieder mal, äh Ja Wenn man misst Wer misst, misst, misst Ne? So sagt man ja Äh, so ist es glaube ich auch gerade, ne? Also da sind die, äh Forscher hier von der Uni Sind unterwegs und machen da Umfragen Und da kommt irgendwelcher Blödsinn raus Hab ich so das Gefühl Aber gut Ich hab die 3000 endlich wieder überschritten Und am Ende des Jahres mit den neuen Einwohnerzahlen Wird's wahrscheinlich noch besser aussehen Und dann hoffe ich eigentlich, dass ich nochmal was bauen kann Äh, lustigerweise sind immer noch Residential Zones gefragt Äh, laut, ähm, Nachfrage-Graf Aber, äh, ganz ehrlich Pfff, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, die zu bauen 282, naja gut Aber immerhin Es geht langsam bergauf wieder Nochmal, ja Jetzt sind wir schon bei 56.000 Einwohnern Und 62% der Bevölkerung sagen Ich würde, äh, einen guten Job machen Ja Na ja gut Wenn die das sagen Dann wird das schon so sein Ja Die Folge neigt sich so langsam auch dem Ende zu Ähm, ich denke hier müssen wir, äh Also so eine halbstündige Folge muss hier nicht von sein Ähm Im Prinzip würde ich sagen Haben wir diese Folge wenig geschafft Also, ich habe jetzt nichts Besonderes geschafft Ähm, ein paar kleine, äh, kleine Änderungen Und ansonsten sehr viel Abwarten, ehrlich gesagt, ne Auch das ist Teil jedes Spiels Es ist ein Spiel, was sehr lang angelegt ist Wahrscheinlich der am längsten amtierende Bürgermeister Ähm Und wenn man sich die Zahlen zwischendurch anguckt Frage ich mich natürlich auch, wie ich Bürgermeister bleiben konnte Aber darüber schweige ich natürlich Ja Es ist immer alles mit rechten Dingen zugegangen Bei der Bürgermeisterwahl Unser neues Industriegebiet hier ist, äh, ist bebaut Das ist gut Ähm, zwischendurch war ja auch Unemployment mal ein Problem Auch das ist nicht mehr der Fall Ich gehe also davon aus, dass es geholfen hat Die Wohngebiete stehen aber natürlich weiterhin noch leer Hier oben ist eins, was leer ist Ähm, da sind mehrere, die leer sind Ja, wie gesagt, das erschließt sich mir einfach nicht so richtig Warum das so ist Und wie das passieren kann Ja, aber wir haben jetzt bald wieder 4.000 Dollar Und damit haben wir wieder genug Geld, um mal was zu reißen Der Hafen, den kann ich immer noch nicht anschauen Ich vermute, der kostet 5.000 Und noch drastischer wird es ja, wenn wir einen Flughafen haben wollen Ich glaube, das ist das Teuerste im Spiel Und wenn ich das richtig weiß, dann müsste der ungefähr 10.000 kosten Weiß ich aber nicht Könnte auch 3.000, 5.000 sein Leider zeigt das einem auch nicht an Wenn man das Geld nicht hat, zeigt das einem einfach nicht an 3.000, 5.000 kann also entsprechend nicht sein Denn 3.000 haben wir ja Also müsste es schon was wir auch sein Also mindestens 4.000 Wir werden sehen Ich bedanke mich jedenfalls Dass ihr auch in der fünften Folge hier Dieser kleinen Let's Play-Reihe zu SimCity Classic noch dabei wart Ähm Ihr seid echte Echte Fans Das muss man sagen Hut ab für euch, Chapeau Ähm Wenn ihr ein bisschen was Nervenaufreibenderes haben wollt Guckt euch den Farming Simulator an, ne Oder die Reihe zu Colonization Oder vielleicht auch die Reihe zu der Planer Ich glaube, das ist alles, was im Moment an aktuellen Reihen bei mir läuft Ähm Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart Wünsche euch alles Gute Bleibt gesund Haltet Abstand Das Übliche Und ähm Dann sag ich mal Bis demnächst Tschüss Euer Thomas von Tom2Tom Games Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal